Kinder, ihr bekommt heute einen neuen Mitschüler. Er heißt Quentin. Bitte seid nett zu ihm. Quentin, was für ein bekloppter Name. Ja, Tim und Tom sind viel cooler. Quentin kommt rein und Tim springt sofort auf und ruft. Ih, der hat ja voll das riesige Muttermal im Gesicht. Die ganze Klasse lacht. Hey Leute, guckt mal, wo ich bin. Hier oben auf dem Baum. Ah! Ah, da ist doch nichts passiert. Kommt, wir spielen weiter. Alles okay bei dir? Ja, danke der Nachfrage. Du bist gar nicht so übel, wie die anderen sagen. Wollen wir ein Spiel spielen? Ja, klar, gerne. Hey Leute, wolltet ihr zu meinem Geburtstag kommen? Ja, 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 ja. Hä? Quentin kommt auch? Ja, Quentin auch. Nee, als ob. Jo, Quentin, du bist doch ganz schön, wie wir dachten. Wollen wir morgen in der Pause was spielen? Ja, klar, gerne. In der Pause spielen die Kinder Ticken. Tim merkt, dass er alleine ist und lässt Quentin in Ruhe. Ja, klar, gerne. Ja, klar. Ja, klar, gerne. Ja, klar, gerne. Untertitelung. BR 2018